Hamburg, vier Polizisten bei Unfall verletzt Hamburg, bei einem Unfall in Hamburg-Lobrüge wurden am Dienstag vier Polizisten verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Tag 24 Nachfrage mitteilte, fuhr am Nachmittag ein Fahrzeug mutmaßlich in der Straße Weberade auf einen Sprinter der Polizei auf. Durch den Aufprall seien vier Polizisten verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, so der Sprecher weiter.